Eins, zwei, drei! Ja, das kann ich ja wieder unterhaben. Ein Wurziger Maroni, ich muss mich mal aufräumen. Ich bin mal aufräumt immer da. Und weil ich ja auch unterhaben habe, wenn wir alle schon mal besucht machen. Warte, du bist nicht unterholen, gibt's nicht. Unterweck ihn auch nicht. Ist aber gut, wenn du weh? Nein. Ein Wurziger. Ein Wurziger. Ein Wurziger für euch? Ein Wurziger? Ich glaube, der ist ja nicht unterhaben. Ich bin mal aufgeregt. Du bist der Hecht, der hier. Aber ich warte auf keinen Fall. Der ist ja nicht unterhaben. Aber ich bin sicher. Ich hole in den Ball. Und dann im Ball. Ich hole in den Ball. Es ist ja nicht unterhaben. Und dann kommt er in den Ball. Aber ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich will eher auf dich. Und dann kommt er sich an, Oh, Tannenbaum, das hat mir sehr gefallen. Ich wünsche euch schon Ostern. Wir wünschen euch schöne Ostertage und viel Sonne und wir grüßen alle Kinder der Mosaikschule, alle Kinder in Lüdenscheid, alle Kinder in Werdow, alle Kinder in Altena, alle Kinder Märkischenkreis, alle Kinder auf der ganzen Welt. Schöne Ostertage. Tschüss. Viele bunte Eier und viel Spaß. Achtung! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.